Über Energiesparen haben wir gesprochen in Stockholm. Tatsächlich, Energiesparen war ein Thema. Die Atomkraftwerke haben wir schon erwähnt. Greta Thunberg hat ihren eigenen Blick, auch auf diesen Krieg, auf die Energiekrise. Logischerweise, das ist das Gespräch, was wir führen konnten am 1. Oktober in Stockholm mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Miss Thunberg, Greta, welcome to the show and thank you for inviting us to Stockholm. Thank you for having me on the show. Gestern war Freitag. Haben Sie vor dem Parlament gestreikt? Ja, ein paar Stunden, so wie immer. Das ist Ihr letztes Schuljahr, Sie sind jetzt 19 Jahre alt. Sind danach auch die Schulstreiks vorbei? Ja. Wie fühlt sich das an? Ich schiebe den Gedanken daran auf, weil ich dann etwas anderes machen muss. Schulstreik für das Klima geht da nicht mehr. Es fühlt sich komisch an. Es ist nun 4 Jahre her, dass Sie eine globale Bewegung gestartet haben. Sie sind zu einer Ikone für Millionen Menschen geworden. Sie haben viele Regierungschefs gesprochen. Wachen Sie manchmal morgens auf und denken, das ist alles nicht real? Am Anfang definitiv. Und ich habe versucht, mich so weit wie möglich davon zu distanzieren. Es war schwer zu glauben und hat sich wie ein schlechter Film angefühlt. Es war so unrealistisch. Aber jetzt denke ich eigentlich nicht mehr darüber nach. Und wenn doch, ist es schwer zu glauben. Irgendwie komisch. Warum ein schlechter Film? Sie haben die ganze Welt bewegt. Weil es sich wie ein Klischee anfühlt. Inwiefern? Ein kleines Mädchen löst einen weltweiten Protest aus. Das ist zu einfach. Aber eine gute Geschichte. Ja, aber wenn das ein Film wäre, würde ich mich fragen, hätten die sich nicht was Ausgefalleneres ausdenken können? Aber die Realität ist natürlich eine andere und nicht ganz so einfach, weil wir auch erst am Anfang dieses Kampfes stehen. Sie haben sehr emotionale Reden gehalten mit Zitaten wie Wie können Sie es wagen? Oder Ich möchte, dass ihr alle in Panik geratet. Sind Ihre Emotionen heute noch so wie damals? Und war das alles echt? Oder haben Sie auch ein bisschen geschauspielert, um die Menschen zum Zuhören zu bewegen, zu erschrecken und in Panik zu versetzen? Das ist immer noch, wie ich fühle. Aber wenn man das ein paar Jahre lang macht, dann darf man dieses Gefühl nicht die Oberhand gewinnen lassen. Man muss sich klar machen, dass man für eine lange Zeit durchhalten muss. Privat bin ich eigentlich niemals wütend. Ich spar mir das quasi für diese Auftritte auf, um es dann rauszulassen. Vor den Vereinten Nationen waren Sie sehr wütend und haben geschrien. Wenn Sie das jetzt sehen, was denken Sie über die Greta von damals? Viele verschiedene Dinge. Es kommt darauf an, wann das war. Aber ich versuche nicht zu hart mit mir zu sein. Ich war ja erst 15 oder 16. Viele Dinge hätte ich anders machen können. Aber was nutzt es, Dinge im Nachhinein zu bereuen? Was hätten Sie gerne anders gemacht? Ich hätte mich viel früher auf die humanitären Aspekte der Krise konzentrieren sollen. Auf Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. Denn am Anfang war das Narrativ, hört auf die Wissenschaft, wir Kinder werden davon in Zukunft betroffen sein. Dann haben wir aber immer mehr verstanden, dass wir uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren müssen. Die Menschen, die die Krise jetzt schon betrifft, sollten Aufmerksamkeit bekommen. Sie haben noch ein Stück Arbeit vor sich. Und Sie haben ein Buch veröffentlicht, mit einem wunderschönen bunten Einband, der aber eigentlich eine schlechte Nachricht enthält. Was ist die Idee dahinter? Das sind Wärmestreifen. Sie zeigen, wie die weltweite Durchschnittstemperatur angestiegen ist. Erst war es kalt und jetzt wird es wärmer und wärmer, Jahr für Jahr. Und jetzt sind wir hier. In den vergangenen vier Jahren haben sie versucht, Menschen auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Aber die CO2-Emissionen sind weiter gestiegen. Und wir haben dieses Jahr wieder extreme Dürren und Überschwemmungen gesehen. Ein Drittel von Pakistan war kürzlich überschwemmt. Denken Sie manchmal, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, Alarm zu schlagen? Nein, definitiv nicht. Die Klimakrise zwingt uns dazu, unser Verhalten zu ändern. Wir brauchen einen Kulturwandel. Und das passiert nicht über Nacht oder in einem Jahr oder vier Jahren. Unglücklicherweise fehlt uns die Zeit, alles Schritt für Schritt zu machen. Aber wir müssen es tun. Aber, ja, es ist, was wir tun müssen. Es ist zu einfach zu sagen, die Klimabewegung ist gescheitert und alle Menschen vor uns sind gescheitert. Die Wahrheit ist, dass sich etwas tut. Wir haben immer mehr Menschen und die Wissenschaft, die Wahrheit und die Moral auf unserer Seite. Es bewegt sich nur nicht schnell genug. Europa spricht im Moment über Krieg. Machen Sie sich Sorgen, dass das Klimathema aus dem Fokus gerät, weil wir uns mit anderen Dingen beschäftigen müssen, obwohl die CO2-Emissionen auch durch den Krieg in die Höhe schießen? Was wird dieser Krieg für Auswirkungen haben? Jeder Krieg ist ein Desaster, auf ganz vielen Ebenen. Aber wir müssen in der Lage sein, uns mit verschiedenen Dingen zur selben Zeit zu beschäftigen. Auch Zusammenhänge zwischen ihnen herzustellen. Da haben wir in der Vergangenheit versagt. Nach der Pandemie dachten viele, jetzt wird das Klimathema in den Vordergrund rücken. Aber das ist nicht passiert. Und das zeigt, dass wir physisch nicht in der Lage sind, uns auf mehr als eine Sache zu konzentrieren. Viele scheinen den Krieg jetzt schon wieder vergessen zu haben und schauen auf die Energiekrise. Und wir befinden uns in einer Energiekrise, gerade auch Deutschland, weil wir sehr abhängig von russischem Gas und Öl sind. Die Bundesregierung hat jetzt beschlossen, die Kohlekraftwerke weiter laufen zu lassen, um die Energiepreise zu stabilisieren. Was halten Sie davon? Das ist zwangsläufig das, was passiert, wenn man von fossilen Energieträgern aus autoritären Regimen abhängig ist. Ich glaube, dass es andere Wege nach vorne gibt. Mit erneuerbaren Energien. Wenn wir weiterhin in fossile Energie investieren, werden es unsere Gesellschaften entweder mit zu hohen Temperaturen zu tun bekommen, an die wir uns nicht anpassen können, oder mit einem Werteverfall von Vermögen in der Zukunft. Aber in diesem Moment schauen die Menschen auf ihre Energierechnungen. Die Regierung versucht, die Bürger zu schützen. Verstehen Sie die Notwendigkeit dieser Maßnahmen? Natürlich, klar. Menschen schauen auf sich selbst und darauf von Tag zu Tag klarzukommen. Das ist aber nur ein weiteres Symptom dieser Krise. Wir haben uns selbst abhängig gemacht und eine Gesellschaft geschaffen, in der wir nicht in der Lage sind, mehr als ein Jahr in die Zukunft zu schauen. Das ist nicht nachhaltig. Wir diskutieren in Deutschland gerade, ob es besser wäre, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, anstatt der Kohlekraftwerke. Was denken Sie darüber? Ich persönlich denke, dass es eine schlechte Idee ist, auf Kohle zu setzen, solange die AKWs noch laufen. Aber das ist natürlich eine sehr aufgeheizte Debatte. Aber für das Klima, wären die Atomkraftwerke die bessere Wahl, zumindest für diesen Moment? Es kommt darauf an. Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden. Und danach abschalten? Kommt darauf an, was passiert. Wenn dieser Krieg einmal zu Ende ist, könnte das auch eine Chance sein, dass Menschen bewusst wird, dass Energiesparen sehr wichtig ist und dass Investitionen in erneuerbare Energien mehr sind als nur eine Klimafrage? Ja, definitiv. Es zeigt sich, wie groß die Lücke bei den erneuerbaren Energien noch ist und wie verletzlich wir sind, wenn wir von fossilen Energien abhängig sind. Ich weiß, dass man in Deutschland darüber redet, Energie zu sparen. Aber zum Beispiel hier in Schweden ist das total verpönt, weil die Menschen dann sagen, oh nein, das ist Kommunismus. Das ist wirklich verrückt. Das sagen manche auch in Deutschland. Das stimmt, aber in Schweden sagt nicht ein einziger Politiker, dass wir weniger Energie verbrauchen sollten. Auch wenn Studien zeigen, dass der Preis mit dem Verbrauch sinken würde. Sie haben Deutschland beschuldigt, einer der größten Klimasünder zu sein. Bei uns regieren jetzt die Grünen mit. Hatten Sie die Hoffnung, dass sich dadurch etwas verändert? Nicht wirklich. Warum? Bei uns in Schweden war über einen langen Zeitraum eine grüne Partei Teil der Regierung. Und wir sind immer noch einer der Weltmeister im Greenwashing. Natürlich sind einige Parteien weniger schlimm als andere. Und natürlich ist es gut, wenn viele Leute diese Parteien unterstützen. Aber je länger wir uns vormachen, dass wir die Klimanotlage innerhalb des bestehenden Systems lösen können, ohne sie wie eine Welt wirkliche Krise zu behandeln, desto mehr Zeit werden wir verlieren. Ohne Druck von außen wird es nicht zu maßgeblichen Veränderungen kommen. Sie haben überall auf der Welt mit Spitzenpolitikern gesprochen. Haben Sie eine oder einen getroffen, bei dem Sie das Gefühl hatten, da ist jemand, der versteht, wovon ich rede und ist bereit, entsprechend zu handeln? Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Politiker sagen zwar, dass sie das Problem verstehen. Und manchmal mag das auch so sein. Aber ich habe bis jetzt noch keinen getroffen, der wirklich einer Notlage entsprechend redet und handelt. Ich verstehe, dass es als Individuum sehr schwer ist, die Dinge von innen heraus zu verändern. Vielleicht ist es deswegen auch machtvoller, von außen aufzustehen und zu sagen, das funktioniert so nicht, ich will hier nicht mitmachen. Das schafft mehr Aufmerksamkeit, als zu versuchen, die Dinge alleine von innen heraus zu verändern, wenn alle davor damit gescheitert sind. Bis jetzt haben Sie Alarm geschlagen. Aber in diesem Buch geht es auch um Lösungen. Was also müssen Staaten tun, wenn sie die Klimakrise als solche erkennen? Viele Dinge. Natürlich gibt es kein Allheilmittel, das alles auf einmal löst. In dem Buch sind konkrete Vorschläge. Aber das Erste, was wir machen müssen, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir uns in einer Notlage befinden. Denn das ist die Voraussetzung dafür, die Situation richtig zu analysieren oder eine Lösung zu finden. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir uns in einer Notlage befinden. Sonst bringt alles andere auch nichts. Und da sind wir noch nicht. Aber das wäre der allererste Schritt. Warum ist Politik Ihrer Meinung nach nicht in der Lage, das zu ändern? In Ihrem Buch schreiben Sie über Politiker, die gerade einmal bis zur nächsten Wahl denken. Aber auch das sagen Sie Stimme eigentlich nicht. Ja. In vielen Fällen denken Sie nur an die Abendnachrichten oder die Schlagzeile am nächsten Tag. Es ist ja nicht länger nur eine Meinung, dass wir die Klimakrise nicht in unserem jetzigen System lösen können. Laut dem UN-Emissions-Gap-Report werden wir 2030 doppelt so viele fossile Energien verbrauchen, wie mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar wäre. Das bedeutet, wenn wir darunter bleiben wollen und wir sind jetzt schon bei 1,2 Grad und Menschen sterben, müssen wir wirtschaftliche Vorhaben auf Eis legen und bestehende Verträge kündigen. Und das ist heute weder politisch noch wirtschaftlich möglich. Natürlich nicht, denn es gibt auch andere Interessen. Die Wirtschaft muss laufen, Menschen brauchen ihre Arbeit. Um die von ihnen beschriebenen Ziele zu erreichen, müssten Staaten ihre Produktivität ziemlich weit zurückfahren. Ja. In unserem System wäre das katastrophal. Und was ist die Lösung? Gute Frage. Ich wünschte, jemand hätte eine. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es möglich ist, Maßnahmen zu ergreifen, die individuelle Freiheiten einschränken. Und die Menschen haben sie, trotz einiger Proteste, akzeptiert. Warum funktioniert das im Bereich Gesundheit nicht aber beim Klima? Die Klimafrage ist auch eine Gesundheitsfrage. Wir müssen nur das ganze Bild betrachten. Viele haben mich gefragt, hat es dich nicht frustriert, dass bei Corona reagiert wurde und sich für Klima niemand zu interessieren scheint? Natürlich nicht. Es zeigt ja, wir sind imstande, eine Notlage wie eine Notlage zu behandeln. Und es zeigt, dass die Klimakrise noch nie wie eine echte Notlage behandelt wurde. Ich würde sagen, es waren die Medien, die entschieden haben, Corona als eine immanente Krise zu behandeln. Und dann haben die Menschen darauf reagiert. Sicher? War das nicht die Politik, die reagieren musste? Aber wenn die Politik die Unterstützung der Medien nicht gehabt hätte, wenn die Medien wie bei der Klimakrise reagiert hätten, dann wären die Politiker damit nicht durchgekommen. Den Menschen wurde gesagt, wie sie ihr Verhalten ändern müssen. 24 Stunden am Tag wurde darüber berichtet. Tägliche Pressekonferenzen, die eine akute Notlage kommunizierten. Ohne diese umfassende Berichterstattung wäre vieles nicht möglich gewesen. Als der Höhepunkt der Pandemie vorbei war, sind viele sofort wieder ins Flugzeug gesprungen. Verzweifeln sie manchmal an uns Menschen? Das darf man sich nicht erlauben. Dann wäre man für immer enttäuscht. Wenn man schon alles macht, was man kann, muss man einfach von Tag zu Tag schauen und sich auf das konzentrieren, was man tun kann. macht es einen Unterschied, ob beispielsweise ich aufhöre, Fleisch zu essen, zu fliegen oder einen SUV zu fahren? Muss jeder Einzelne sich ändern? Es macht einen Unterschied, denn es signalisiert Menschen um sie herum, dass wir in einer Krise sind. In einer Krise verändert man sein Verhalten und natürlich verringert das auch ihren CO2-Fußabdruck. Aber es ist vor allem eine Form des Aktivismus, um ein Zeichen zu setzen. Wir sollen alle Aktivisten werden? Ja, wir brauchen Milliarden von Klimaaktivisten. Teile der Klimabewegung auf der Straße werden immer radikaler. Sie kleben sich an Fahrbahnen fest oder an Kunstwerke in Museen. Finden Sie diese Art des zivilen Ungehorsams gut? Ich glaube schon, dass wir zivilen Ungehorsam, wenn er richtig praktiziert wird, nutzen müssen. Aber es wird so viel gemacht, von dem ich nichts weiß. Haben Sie Sorge, dass die Bewegung zum Teil gewalttätig werden könnte, aus Frustration, weil es nicht schnell genug geht? Vielleicht. Und das ist einer der Millionen Gründe, warum wir jetzt handeln und die Dinge nicht weiter aufschieben sollten. Denn wenn wir das tun, frustriert das Menschen immer mehr und sie bekommen Angst. sind Sie Pessimistin oder Optimistin? Ich bin Realistin. Wenn wir die Dinge tun, die wir tun müssen, können wir eine Katastrophe verhindern. Wenn nicht, werden wir unter den Konsequenzen zu leiden haben. Es liegt an uns. Sie haben einmal erzählt, dass Sie Aktivistin geworden sind, weil Sie Bilder aus einer Dokumentation über Eisbären nicht mehr vergessen konnten und darüber depressiv geworden sind. Wie sind Sie da wieder rausgekommen? Vielen, gerade jungen Menschen geht es ja sehr ähnlich. Mich hat der Aktivismus gerettet. Für etwas zu kämpfen, das sinnvoll ist. Das hat sich bedeutsam angefühlt und mir aus der Depression geholfen. Als erstes haben Sie Ihre Eltern erzogen. Das war Aktivismus in einem sehr kleinen Bereich. Aber es gab mir das Gefühl, dass ich Einfluss auf Menschen habe. Auch wenn das nur meine Eltern waren, die Vegetarier wurden. Wenn das nicht geklappt hätte, hätte mir wahrscheinlich der Glaube gefehlt, mich vor das Parlament zu setzen. Kein erster Schritt ist zu klein, wenn es um diese Art von Aktivismus geht. Sie haben sich einmal als Aktivistin mit Asperger bezeichnet. Als kleines Kind, sagen Sie, wurden Sie oft zurückgewiesen und haben eine große Distanz zu anderen gefühlt. Jetzt waren Sie vier Jahre auf der Welt unterwegs und haben zu so vielen Menschen eine Verbindung aufgebaut. Wie hat Sie das verändert? Das hat mich grundlegend verändert. Ich konnte mich nicht mit Menschen unterhalten, bevor ich angefangen habe zu streiken. Mit Ausnahme meiner Eltern, meiner Schwester und einem Lehrer. Ich bin also sehr aus meiner Komfortzone ausgebrochen. Manchmal war es schwierig, aber es hat sich auf ganzer Linie gelohnt. Ich bin jetzt Teil einer weltweiten Bewegung, die versucht, das System zu ändern. Wie sieht Ihre Zukunft aus? Es ist Ihr letztes Schuljahr. Denken Sie darüber nach, zu studieren? Ich will studieren, ja. Und was? Wahrscheinlich etwas im Bereich der Sozialwissenschaften. Das fühlt sich im Moment wie der beste Weg an, etwas zu ändern. Davor wollte ich Wissenschaftlerin werden. Aber ich glaube, was wir im Moment am meisten brauchen, ist politisches Handeln. Das kann einen großen Effekt haben. Sie wollen Politikerin werden? Niemals. Sie könnten Dinge verändern. Im Moment sieht es so aus, als ob die größte Veränderung von außen, von basisdemokratischen Bewegungen kommt. NGOs, der Zivilgesellschaft. Da möchte ich arbeiten. Klimaaktivistin ein Leben lang? Selbst wenn ich Köchin werde, was nicht passieren wird, könnte ich noch Klimaaktivistin sein. Jeder kann das. Also ja, ich werde für den Rest meines Lebens Klimaaktivistin sein. Das bleibt wichtig. Vielen Dank, für uns zu haben. Vielen Dank, für die Interview. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.